Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pine und vielleicht ja schon der letzten Folge, ich weiß es nicht, so viel kann eigentlich nicht mehr kommen. Wir sollen die Höhle im Fernwald öffnen. Im Fernwald? Moment. Oh, okay, wir sollen da ganz hinten tatsächlich hin. Zum Glück, warte mal, kann ich... Ah, wir haben kein Schnelltransport-Kit. Moment, können wir eins herstellen? Nein, was fehlt uns? Alperfandleder. Oh, das ist jetzt unpraktisch. Sonst hätten wir direkt hingekommen. Moment, da suchen wir uns mal eben ein Alperfändchen. Hier sind doch, glaube ich, auch welche. Ich bin der Meinung, hier schon welche rumlaufen gesehen zu haben. Ja, nehmen wir noch mit, was wir hier unterwegs finden. Vielleicht können wir es ja doch noch gebrauchen. Obwohl wir, glaube ich, den schwersten Kampf schon hinter uns haben. Zumindest hoffe ich das. Also, ich will nicht noch mal so einen Kampf erleben wie gegen Berenia. Das war schon echt, wow. Das war nicht leicht. Okay, leider kein Platz. Na, wo sind denn die Alperfändchen? Hier waren doch welche gewesen. Na, war das woanders? Oh, da sind Vögel. Ich glaube, die mögen uns gerade nicht besonders. Da gehen wir mal lieber einen Bogen drum. Vielleicht hier irgendwo am Wasser, könnte ich mir vorstellen. Mensch, jetzt will ich da natürlich unbedingt hin. Aber es ist so weit. Also, wir können auch hinlaufen. Also, wir können uns ja schon mal wegmäßig nähern. Aber ich glaube, da werden wir eine Weile brauchen, bis wir da sind zu Fuß. Andererseits finden wir vielleicht unterwegs nochmal irgendwas, was wir vielleicht mal einsammeln können. Ich hätte ja auch super gerne die ganzen Kugeln gefunden und unserem großen Freund da am Anfang gegeben. Dann hätten wir, glaube ich, eine sehr coole Ausrüstung bekommen. Meinte zumindest die liebe Soraya. Aber das haben wir leider nie geschafft. Oder zumindest bisher noch nicht. Ich glaube, da fehlen noch einige Kugeln. Und das ist natürlich nicht so einfach, weil da muss man wirklich die ganze Karte ablaufen. Die können ja quasi überall sein. Die können ja auch mal irgendwo in einer Nische drin sein, wo man sie gar nicht sieht. Ja, das ist natürlich ein bisschen doof. Ich könnte jetzt natürlich auch einen Cut setzen. Aber irgendwie, weil ich ja das Gefühl habe, wir sind so kurz vor Ende, möchte ich natürlich auch nicht, dass nachher die Folge nur fünf Minuten lang ist. Nachher eröffne ich da die Höhle und es ist vorbei, das Spiel. Hier, schade. Was ist das? Ein Fexel. Ich glaube, die mögen uns auch nicht. Die Fexel wollten wir eigentlich als Verbündete sogar haben. Ich weiß gar nicht, ob die uns jetzt auch helfen. Oder ob wir die jetzt auch erst nochmal überzeugen müssen, quasi. Aber hier steht ja jetzt erstmal nur die Höhle öffnen. Und das wollen wir natürlich machen. Ja, so Alperfanden kreuzen uns jetzt wirklich hier nicht den Weg. Ich glaube, hier gibt es auch keinen Sumpf. Oder? Haben wir hier schon mal Alperfanden gesehen? Ich glaube nicht. Äh, ja, nein. Du bist kein Alperfand. Das wäre natürlich cool gewesen, wenn wir Alperfanden gefunden, hätte ich auch einfach auf denen da hinreiten können. Noch besser sogar. Das haben wir doch gar nicht gemacht, so hier durch die... Ja, das mache ich eben mal. Ganz ehrlich, wir reiten hin. Da, ich hole mir den Großen. Warte mal, ich muss erst mal umschalten. Ich will den Großen haben. Wie geht denn das jetzt hier? Ja. Moment. Ja. Und jetzt reiten wir da schön hin. Das finde ich noch viel cooler, als das blöde Schnelltransport-Kit. Dann haben wir das wenigstens auch mal gemacht. Hier einfach durch die Welt reiten. So könnte man auch die Kugeln tatsächlich leichter abbreiten. Also die Welt leichter erkunden. Guck mal, wir sind auch schon da. Tatsächlich sind wir den halben Weg schon zu Fuß gelaufen. Es ist immer gar nicht so weit alles weg hier, wie man denkt. Auf der Garte sieht es hier weiter aus. Jetzt ist noch das Problem, dass ich da mit dem Viech nicht hochkomme, ne? Wir gehen mal kurz den Umweg. Ganz ehrlich, das nutzen wir jetzt mal. Das ist voll toll mit dem Alperfan. Ich wünschte, wir hätten das viel früher gefunden. Dass ich die Gruft früher geöffnet hätte. Und wir einfach die ganze Zeit durch die Spielwerte hätten rennen können. Denn scheinbar ist die Reihenfolge ja wirklich optional. Also wir hätten quasi wahrscheinlich auch schon als erstes die Gruft mit den Zähmungsbändern machen können. Wenn ich es richtig verstehe. So, wie mache ich das jetzt, ist die Frage. Wir haben ja... Achso, warte mal. Ich muss dem erstmal das Ding wieder abmachen. Hä, warum geht das jetzt nicht? Huch, war falsch. Moment. So, es tut mir echt leid. Entschuldigung. Oh, und jetzt hat er noch nicht mal Leder getroppt. Verdammt. Naja, gut. Pech. Äh, da ist es. Das sollen wir hier angeblich benutzen, oder nicht? Hm. Bringt mich jetzt nicht wirklich weiter. Also angeblich brauchen wir dieses Werkzeug hier, um weiterzukommen. Ja. Okay. Und nun? Hm. Ja, okay. Wow. Ich bin überwältigt. Mensch. Was mache ich hier gerade falsch? Den Schlüssel brauchen wir ja eigentlich, ne? Stimmt, wir brauchen ja den Schlüssel eigentlich. Hm, okay. Aber den Schlüssel kriegen wir ja angeblich mit dem Fernrohr, oder nicht? Habe ich das jetzt falsch verstanden? Also, wir brauchen diese Fackel da unten. Also die Fackel dafür. Wir haben ja die schon gefunden. Dann gehen wir einfach mal zu dem Baumstumpf hin. Wo die war. Hätte ich gar nicht so weit reiten müssen mit dem Alperfanten gerade. Äh, bekomme ich ihn da hier gerade hin? Hier hoch. Ich muss den Baumstumpf kommen. Da, wo die Plattform ist. Ich glaube, da sollte ich von hier... Ja, hier sind wir richtig. So, da hinten war das ja vielleicht... Oh, nicht, dass ich jetzt die ganze Insel ablaufen muss mit dem Ding. Das wäre ja ein bisschen ätzend. Ja, das bringt mir hier gar nichts. Okay, also, wir müssen irgendwo das Fernglas benutzen, um den Schlüssel... Um das Schloss öffnen zu können. Den Schlüssel für das Schloss. Vielleicht von hier aus? Können wir hier einstecken? Jemand ist kürzlich hier durchgekommen. Die Fußabdrücke scheinen zu einem bestimmten Ort zu führen. Äh, aber... Soll ich jetzt hier sein, oder soll ich die Fußabdrücke zurückverfolgen? Ich bin mir gerade sehr unsicher. Wartet mal. Ich weiß gerade nicht, ob ich eigentlich hier hätte herkommen sollen. Durch das Fernglas. Moment. Wir gehen einfach mal kurz die Fußabdrücke zurück. Ich glaube, fast den Ort hätte ich so finden sollen, oder? Ähm... Ja, ich komme da einfach nur wieder zurück. Hm, ja, das ist nicht so zielführend. Also, von dem Auge soll ich tatsächlich da einfach hingehen. Okay. Verstehe. Warte mal. Ich gucke jetzt doch noch mal kurz das Auge an. Aber gut, das ist jetzt nicht so schwierig, den Ort da zu finden. Also, ganz ehrlich, den habe ich jetzt auch so gefunden. Hm. Jetzt doch noch mal da hin. Also, dann nehme ich aber an, dass ich schon von der Plattform aus den Schlüssel finden soll, oder nicht? Hm. Schwierig. Ich sehe hier echt gar nichts, was irgendwie was bringen kann. Ich suche auch gerade auf den Bäumen nach... nach Platten, auf die man vielleicht mit der Schleuder schießen kann, aber... Das gibt es doch nicht. Ja, das bringt mir halt so gar nichts hier. Hm, ich bin überfragt. Also, ich meine, das Versteck haben wir schon gefunden. Dafür hätte ich jetzt hier nicht herfinden müssen, tatsächlich. Das wäre nicht notwendig gewesen. Ja, zeigt mir immer noch das Öffnen der Höhle an. Hm, das bringt mir hier nicht viel, Leute. Okay, jetzt hätte ich gedacht, vielleicht von der Unterseite, dass der Schlüssel da irgendwie dran gebappt ist, aber ist auch nicht der Fall. Tja, das ist jetzt ein bisschen enttäuschend, tatsächlich, gerade. Jetzt bin ich eigentlich so weit wie vorher mit dem Äußertfund und habe da nichts bekommen durch. Das müsste irgendwas bringen. Ich kann natürlich nochmal die ganze Insel irgendwie abgucken damit. Aber ich werde ja quasi hierher geführt. Komm, beweg dich. Mach was. Jemals kürzlich hier durchgekommen. Die Fußabbrücke scheint zu einem bestimmten Ort zu führen. Ja. Hierher. Dann sieht man ja, dass es hier offen ist, dass man wahrscheinlich da hingehen soll und da ist das Schloss. Ja, super. Das bringt mir aber nichts, weil ich den Schlüssel nicht habe. Also brauche ich jetzt immer noch den blöden Schlüssel. Den ich aber nicht habe. Das gibt es doch nicht. Ach Mensch, Leute. Ich bin gerade sehr aufgeschmissen, tatsächlich. Da verstehe ich da wieder irgendwas nicht. Also ich und Pine, wir wären ja echt mit den Rätseln keine Freunde. Ist der Schlüssel da doch irgendwie unten versteckt? Ja, hier brauchen wir halt den Bolzen, die Fackel, was auch immer. Und die kriegen wir da unten. Hm. Ja, sonst passiert hier halt einfach nichts. Was machen wir denn? Okay, Leute. Dann muss ich hier mal alleine weiter gucken. Also, so bringt uns das ja nichts. Ich werde mal alleine schauen, ob ich irgendwas noch rausbekomme hier. Aber gerade jetzt bin ich ziemlich aufgeschmissen. Ich kann mal kurz ins Questbuch gucken. Der Pakt, der Menschenheld aus der Höhle, die du zusammen mit Amam entdeckt hast, den du zusammen mit Amam entdeckt hast, stellte sich als Tyrann heraus, der den Irrtum verursacht hat. Da alle Spezies gegen dich und deine Taten sind, gibt es für den Menschen Stamm im Außengebiet, nur wenig Spielräume. Die Tambas sind dir etwas schuldig, weil sie die, die es gewusst, dich aber nicht gewarnt haben. Vielleicht können sie dir dabei helfen, dein neues Zuhause zu erreichen, bevor dich die anderen Spezies abfangen. Wir haben es aber nicht. Nicht wirklich. Okay, ich gucke mich jetzt hier auf der Insel mal um. Und ich hoffe, wir sehen uns dann gleich wieder. Ja, was? Warte. Oh, ernsthaft? Okay, ja, da sind wir wieder. Anscheinend kann man das Ding hier aufstellen. Das muss man natürlich erst mal wissen. Ich meine, ich habe hier schon hundertmal R gedrückt und wir haben einfach nur in die Ferne geschaut. Ich habe mir gedacht, dass man hier das Ding benutzen muss. Ach so, so was dämliches. Naja, gut. Oh, wir sollten es vielleicht festhalten. Huch, ne, jetzt haben wir es wieder eingepackt. Moment nochmal. Aber warum packt das jetzt aus? Das ist doch totaler Quatsch. Ich stand hier schon drauf und habe es benutzt. Das ist, ach Mensch. Gut, jetzt ist nur die Frage, was bringt uns das Ganze? Beobachten wir das mal. Wir brauchen halt den Schlüssel immer noch. Wer uns das jetzt trotzdem nicht den Schlüssel bringt, haben wir da gar nichts von. Mal schauen. Soll ich draufschießen? Ich glaube nicht. Ich kann schon mal zu Vorsicht die Schleuder nehmen, oder? Was genau haben wir jetzt davon? Es geht immer höher und höher. Aber wie soll uns das den Schlüssel bringen, frage ich mich. Ich kann es wieder einpacken, wenn ich wollte. Passiert da noch was? Okay, es geht wirklich noch höher. Und immer noch höher. Mensch, wie lange muss ich warten? Jetzt hat es, glaube ich, auch gehört, das Geräusch zumindest. Ja, und nun? Ich weiß nicht, was das jetzt gebracht hat. Wir haben es da positioniert. Wenn ich es jetzt nehme, dann ist es blöd. Dann ist es wieder weg. Hä? Was habe ich denn jetzt davon? Ich komme da gar nicht ran mit der Steinschleuder. Das ist viel zu hoch. Jetzt vielleicht. Nee, da schießen wir uns nichts. Nee, das schießt er durch. Okay. Was habe ich davon, dass das Ding jetzt da oben ist? Okay, ich kann immer noch R drücken und gucken. Vielleicht muss ich da jetzt rauf gucken. Äh, ja, so hoch kann ich nicht gucken. Also ich versuche sie gerade. Ich komme mit der Maus nicht höher. Moment. Nein, da passiert auch nichts. Kann ich jetzt wieder irgendeine Funktion machen, die ich nicht kenne? Meinen Schlüssel habe ich jetzt aber immer noch nicht. Muss ich jetzt einfach nur warten und vielleicht diese Person anlocken, die hier langgelaufen ist? Ist es das? Soll ich die damit vielleicht herlocken und muss jetzt einfach warten? Weil hier steht ja jemand, das kürzlich durchgekommen. Vielleicht kommt er ja wieder, wenn der das da sieht. Wenn ich es jetzt einpacke, ist es ja wieder weg. Wartet mal. Das bringt nichts, ne? Nee, leider kein Strom hoch. Hätte gedacht, vielleicht muss es leuchten oder so, damit die Person es sieht. Aber nein. Dem ist nicht so. Ich bin echt überfragt jetzt gerade. Ich kann ja jetzt nichts tun. Also da lässt einen Pein hier gerade so ein bisschen im Stich, finde ich. Man hat überhaupt keine Ahnung, warum man das jetzt hier gemacht hat. Ist das irgendwie so? Ich weiß nicht. Als würde ich eine Tür eintreten und wüsste gar nicht, warum, was ich da überhaupt will in dem Raum. Also ich habe keine Ahnung, was das jetzt soll. Muss ich irgendwo gucken? Zeigt das irgendwo hin? Man sieht das ja auch so schlecht von hier. Also so gar nicht, quasi. Zeigt das irgendwo drauf? Ich weiß nicht. Was habe ich da jetzt davon? Nee. Hinzeigen tut das nur. Also ich habe mir jetzt nur vorstellen können, dass es jemanden anlockt, aber hier kommt keiner. Oder steht jetzt hier irgendwo jemand rum? Nee. Nö. Nix. Also ich habe keine Ahnung, was mir das jetzt gebracht hat. Muss ich hier noch irgendwas machen? Ist das nicht genug? Habe ich irgendwas nicht bedacht? Also mal ganz logisch. Wir sollen da hin, weil jemand da kürzlich hingegangen ist. Stellen das Ding da einfach auf, weil es uns angezeigt wird als Bild. Und jetzt schwebt es da. Und nun? Ich bin gerade echt... Ich stehe auf dem Schlauch. Also jetzt wirklich. Ich kann es wieder einpacken. Vielleicht ist es nicht der richtige Tageszeitpunkt? Muss man zu einer bestimmten Zeit hier sein? Ich weiß ja gar nicht, was das überhaupt ist. Muss ich ehrlich sagen. Was ist denn das für ein Ding? Wetterballon? Ich habe keine Ahnung. Muss ich warten, bis Strom kommt oder so? Also bis ein Blitz kommt? Ich weiß gar nicht, was es soll. Moment, werde ich da hier irgendwie klüger im Glossar vielleicht, was das überhaupt ist? Was ich da gerade gemacht habe? Hier ist ja ein Äußerfund. Aber jetzt steht hier halt nicht, welche. Warte mal. Spehglas. Ja, mit R kann ich ein kleines Teleskop verwenden. Ja, aber was ist dieser Ballon? Und die Laterne. Also das sind die Dinger hier quasi. Leitende Laterne, Spehglas, Zähmungsbänder. Aber wenn ich es einsetze, wird die seltsame, eiförmige Halterung auf dem Boden platziert. Damit kann ich zahlreiche Informationen auf der Amamskarte sammeln. Ah, okay. Ich muss auf die Karte gucken. Gut, das muss er mir erstmal eine sagen. Das wusste ich nicht. Eins, zwei. Ja, wow. Krass. Was habe ich denn da jetzt für Informationen bekommen? Also ganz ehrlich, das sind doch keine Infos. Das ist einfach nur... Das sind doch einfach nur die beiden Dinger da, mit denen ich das Tor öffne. Aber mehr doch nicht. Wo sind denn jetzt hier bitte die zahlreichen Informationen? Oder ist das was anderes? Ja, nee, das sind die gar nicht. Moment, nee, nee, das sind die doch nicht. Moment. Jetzt gehen wir doch mal gucken. Die Eins ist doch so ganz anders. Dann müsste doch da der Schlüssel sein, oder nicht? Aber hätte ich den nicht schon finden müssen? Ich bin doch schon die ganze Karte hier abgelaufen. Es kann ja gar nicht sein, dass ich den übersehen habe. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Da liegt er. Oder? Nee, ist er nicht. Okay, sorry. Das sah auch so aus. Da. Hm, das kann nicht sein. Also ganz ehrlich, ich bin ganz, ganz, ganz stark der Meinung, dass ich das gefunden hätte. Dass ich hier alles abgelaufen bin und dieses blaue Leuchten auf jeden Fall gesehen hätte. Das ist wahrscheinlich jetzt... Also ich kann mich natürlich auch irren. Vielleicht hätten wir es auch schon vorher finden können. Ich nehme mal unsere Laterne hier wieder mit. Vielleicht ist es aber jetzt auch erst sicher sichtbar geworden durch unseren Ballon. Okay, gut. Zahlreiche Informationen. Wow. Ich fühle mich erschlagen von Infos. Interessant. Ich wusste nicht, dass man das Ding aufstellen kann. Vielleicht hätten wir das früher schon mal irgendwo nutzen können. Infos bekommen können über irgendwas und Hilfe haben können. Das hat aber auch... Hat das Spiel das erklärt, als ich den Äußerfund gefunden hatte? Also ich weiß, dass das Teleskop... Also die... Das Fernglas, ja. Aber das da? Dass man das Ei aufstellen kann? Also ich habe nicht gemerkt, dass das quasi zwei Fähigkeiten in einem besitzt. Interessant. Na gut. Hauptsache, wir haben das Ding jetzt. Ist natürlich ein bisschen blöd, dass man das nicht wusste, die Funktion. So. Wobei ich mich natürlich schon am Anfang, weiß ich noch, gefragt habe, warum das da Ballon auf dem Bild drauf ist. Wenn das Ding doch ein Fernglas ist und kein Ballon. Das weiß ich tatsächlich noch. Na gut, hätte ich früher drauf kommen können, mal nachzuschauen. Gut, dass es das Glossar aber gibt. Da bin ich jetzt sehr dankbar. Ja, dann schauen wir mal hier rein, würde ich noch sagen. Ich hätte jetzt auch einen Cliffhanger setzen können, aber... Wir schauen doch mal rein. Okay, das sieht wieder stark nach jetzt aus, oder? Ich glaube, ich spiele einfach mal weiter und gucke dann, ob ich was cutte oder nicht. Dieser Ort hier. Ich rieche Gerustzapfen. Ich muss den Verstand verlieren. Das ist doch eine Höhle. Na, wir schauen mal, ob du den Verstand verlierst oder nicht. Ich würde gerne mal speichern kurz. So. Bevor irgendwas passiert. Wie gesagt, könnte sein, dass ich jetzt auch einen Cut gesetzt habe, dass wir jetzt in der nächsten Folge sind. Weiß ich nicht. Ah, okay, ich verstehe. Oh Gott, schaffe ich das? Schaffe ich das? Ja. Ja, wenn da alle rüber müssen, bisschen, naja. Weiß nicht, ob die das so schaffen. Vor allem die Älteren her schaffen. Wow. Wow. Okay. Ich hätte echt gerne mal die ganzen Markierungen weg. Kann ich die mal... Ich entferne die mal eben. Das versorgt mir hier gerade so ein bisschen das Bild tatsächlich. Jetzt kann man die Markierungen auf einmal ganz einfach entfernen. Ich weiß gar nicht, warum das vorher nie ging. Da, jetzt geht es ganz leicht. Vorher nicht. Sind alle weg? Nee, da sind immer noch welche. Wo sind die? Okay, ich sehe jetzt hier gar keine mehr. Ist das jetzt ein Fehler? Guck mal, hier sind gar keine Markierungen mehr auf der Karte. Trotzdem werden die mir seltsamerweise noch angezeigt. Also ich bin der Meinung, es sind keine mehr. Naja, gut. Kleiner Fehler wohl. Nichtsdestotrotz, ziemlich cool. Das ist wohl dann unser neues Zuhause, würde ich sagen. Wir könnten es durchaus schlechter treffen. Also. Das hier ist ziemlich cool, tatsächlich. Und ziemlich geräumig auch. Müssen wir nur Angst haben, dass die Höhle vielleicht irgendwann mal einstürzt. Ansonsten. Schick, schick. Ich hoffe, wir müssen die ganzen Leute nicht selber herführen, dass die hier alleine herfinden. Guck mal, das Zeichen schon wieder. Das hier muss der Ort sein, von dem aus der Menschentyrann alles organisiert hat. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob der jetzt ein Tyrann war. Sie haben ihn mit den Äußerfunden versiegelt und dann von hier aus gearbeitet. Ich muss so bald wie möglich reinen Tisch machen. Das ist die Frage, ob wir überhaupt reinen Tisch machen. Oder ob wir uns nur hier vor allen anderen verstecken werden. Bin mir da noch nicht so sicher. Ob die anderen Stämme uns noch akzeptieren werden, warum auch immer sie uns überhaupt nicht akzeptieren. Ich weiß immer noch nicht, warum es jetzt so schlimm war, dass der Mensch die Äußerfunde überhaupt hatte. Was jetzt so schlimm daran ist, dass der auf ein paar Fanden losgeritten ist. Und technische Gerätschaften bedienen konnte. So, ich kletter einfach mal hier hoch. Ich weiß nicht warum, aber wir tun es einfach mal. Ich hoffe, wir kriegen das hin und bleiben hier nirgendwo hängen. Oh Gott. Da bin ich gerade schon mit dem Kopf angeeckt. Oh. Okay, deswegen sind wir hier. Ja, ja, da möchte ich lieber nicht runterfallen. Oh Gott. Ja, man stößt hier quasi so gegen die Felswand im Köpfchen. Und dann gleitet der immer so ein bisschen nach rechts. Hat aber trotzdem geklappt. War nicht allzu dramatisch. Ja, also ich bin da. Wo bleiben die anderen? Erkunde die alte... Achso, wir sollen die noch fertig erkunden. Okay. Die alte Heimat. Das ist ja nicht seine Heimat. Ich weiß gar nicht, warum das jetzt alte Heimat heißt. Wir haben ja hier nie gewohnt. Das hier zieht wohl nicht dazu. Komm ich nie wieder irgendwo hoch. Ich weiß gar nicht, wo ich jetzt langlaufe. Soll ich einfach Sachen anquatschen? Wahrscheinlich. Das haben wir schon angequatscht. Gucken wir mal, wo wir noch hochkommen. Ist hier noch irgendetwas? Ich finde das echt toll. Also ich würde hier gerne wohnen. Das finde ich cool. Halt ein bisschen wenig grün. Auf Dauer wird es wahrscheinlich auch langweilig. Aber an sich, wenn man hier auch rauskommt. Und auch rausgehen kann. Und jetzt hier nicht die ganze Zeit sein muss. Und hier nur wohnt. Finde ich das ziemlich cool. Oh. Hier sind sogar Gräber. Das waren wohl die letzten Bewohner. Okay, hier können wir noch lang. Hier werden wir wahrscheinlich noch was finden. Die Musik ist gerade auch sehr passend. Sehr schön. Sehr verheißungsvoll. Ah, was haben wir denn da? Okay. Dafür kommen wir auch wieder raus. Wahrscheinlich hier nicht, oder? Ja, da müssen wir aber erst mal was reinstecken. Achso. Ach, wie gemein. Das ist einfach nur der Ausgang. Oh. Was? Oh, wie böse. Jetzt muss ich den ganzen Weg nochmal laufen. Ernsthaft? Das ist ja blöd. Sowas Gemeines. Naja, gut. Jetzt gehen wir dann nochmal lang. Ja, hat man sozusagen eine kleine Abkürzung nochmal von der Seite, aber eigentlich war es jetzt ein bisschen unnötig, würde ich sagen. So, was kann ich denn hier jetzt noch schönes erkunden? Da ist doch noch irgendwas aufgemalt. Wir holen uns das Zeichen mal an. Ah. Ah, neue Ausrüstung. Warum kriege ich jetzt noch Ausrüstung? Hier gibt es zweifelsohne Zeichen fortschrittlicher Handwerkskunst. Huch. Das wollte ich nicht. Ich kann nur nichts davon mitnehmen. Okay. Wir haben auf jeden Fall wieder ein bisschen mehr erkundet dadurch jetzt. Wir müssen irgendwie nach sowas die Ausschau halten. Nach Sachen, die wir anquatschen können. Irgendetwas fehlt uns noch. Ich will jetzt nicht wieder durch die Höhle da gehen. Da hoch müssen wir doch noch irgendwie kommen, oder? Na, das ist ja wieder das hier. Da kam er zurück. Wo ist denn jetzt hier noch was? Ich weiß gerade nicht genau, wo ich noch hin soll. Irgendetwas muss ich noch anquatschen können. Ich meine, der Ausweg war es nicht. Den haben wir gefunden. Da komme ich nicht lang. Die kann ich, glaube ich, nicht kaputt machen. Hm. Okay, was fehlt mir jetzt genau? Du mal, das da vielleicht? Ne, das ist doch die Höhle. Hä? Warte mal. Sollen es hier mehrere Höhlen, die so reingehen? Ach so, warte mal. Ich bin hier durch die Höhle gegangen. Moment, das ist eine ganz andere Höhle da hinten. Hier, das ist schon eine andere. Ein bisschen ver... Ein bisschen verzwickt hier, die Gänge. Ah, okay. Das ist einfach nur einmal so ein Rundgang hier durch. Na gut, das bringt mir jetzt nicht viel. Oder kann ich hier dann noch irgendwas tun? Ich hoffe, es ist nicht irgendwie... Ich muss jetzt alle Laternen hier anzünden. Also alle Fackeln. Das wäre ein bisschen gemein. Ist auch cool hier. Ich würde aber lieber hier wohnen, muss ich ehrlich sagen. Mit der coolen Aussicht. Mit der weiteren Aussicht. Ich kann bestimmt noch irgendwie hochkommen. Oder da? Muss ich doch noch... Habe ich hier irgendwas übersehen, als ich da hochgesprungen bin? Moment, jetzt gucke ich doch noch mal. Au. Ich will da hoch. Zu den Hängebrücken. Da würde ich wohnen. Ist im Alter vielleicht dann nicht mehr ganz so einfach. Je nachdem, ob man da müsste. Muss ich da überhaupt hin? Ich sehe sonst wirklich gar nichts. Ich gehe noch mal hoch. Einen anderen Weg. Das sehe ich gerade nicht. Einen anderen Weg. Das ist nur Licht. Mensch, beim ersten Mal hat es so gut geklappt hier. Vielleicht kann ich mich von da oben... Ah, Mann, das gibt es doch nicht. Von da oben noch mal orientieren. Ich bin jetzt gerade selbst so blöd. Ich springe immer zu früh ab. Man muss ja echt so auf den letzten Drücker springen. Und vor allem sehr an der Felswand. Was natürlich gefährlich ist, weil man sich ja hier gerne das Köpfchen stößt. Okay, jetzt sind wir noch mal hier. Kann ich da rüber springen? Ja, kann ich. Bringt mir nur gar nichts, weil ich hier nicht weiterkomme. Hier bin ich reingepackt. Ich komme hier auch gar nicht mehr raus, ne? Doch. Ah! Ja, das war nicht so klug. Wo kann ich noch was finden? Also das haben wir, das da auch... Ah, verdammt. Ganz einfach. Diese Häuser, sie haben große Ähnlichkeit mit unseren. Das hier muss der Ort sein, von dem die Menschen ursprünglich herkommen. Dieser Ort hier wird ein perfektes Zuhause abgeben. Hoffentlich halten sich die Tambas an ihren Teil des Abkommens. Und hoffentlich finden Ilma und Iam den Mut, den sie brauchen werden. Herzukommen wahrscheinlich. Gut, wir warten jetzt da oben auf den Häuptling. Da müssen wir wieder hoch. Also ich finde das hier echt schön. Ganz ehrlich, wenn wir denen zeigen könnten, wie wunderbar das hier aussieht, dann würden die ganz sicher hierher ziehen wollen. Ich meine, das ist auch tausendmal schöner, als da auf diesem kleinen Klippenabschnitt, der auch noch die ganze Zeit in sich zusammenstürzt und immer kleiner wird. Was bräuchte ich hier bitte nochmal? Jetzt hätte ich auch den anderen Ausgang tatsächlich nehmen können. Aber egal, wir machen das jetzt nochmal so. Ich hoffe, das geht. Okay, wunderbar. Ja, bin ich ja jetzt gespannt, ob es jetzt vorbei ist damit. Bin ja fast ein bisschen wehmütig gerade. Also irgendwie, ich will auch, dass es vorbei ist. Einfach auch aus dem Sinn, oder vor dem Hintergrund, dass halt auch noch ganz viele andere Spiele natürlich auf uns warten zum Let's Playen. Zum Gezeigtwerden. Und wir uns jetzt wirklich auch lange mit Peinen beschäftigt haben. Huch, was ist denn da oben? Okay, ich soll irgendwo anders warten, nicht hier. Ach, das ist das Tor, das hochgegangen ist. Okay. Ich soll wahrscheinlich am Strand warten, nehme ich an. Ich hätte Salper Fundenvieh vielleicht doch hier lassen sollen, aber ich glaube, das wäre nicht mehr da. In einem Strand, glaube ich. Huch, äh, was? Auf dem Berg kann ich nicht, das weiß ich. Das funktioniert nicht, das habe ich schon versucht. Hä? Ich habe da schon versucht, auf den Berg zu klettern. Und warum sollte ich auf den Berg klettern, das ist die nächste Frage. War das der Berg, wo man noch raufkam? Ähm, nee, hier kann ich eigentlich... Hä? Ja, hier ist nämlich ein Eiferband, das geht nämlich gar nicht. Hey, jetzt soll ich plötzlich runter? Hä? Wo soll ich denn hin? Lass mich in Ruhe. Ich weiß nicht, wo ich gerade hin soll. Ähm. Warte auf den Häuptling. Soll ich jetzt doch da drin? Ist das... Ach, ist das von innen? Und nee, ja. Ich glaube, das ist von drinnen, aber nicht draußen. Irgendwie habe ich gedacht, wir müssten rausgehen. Na gut. Dann wieder rein. Dann sollen wir wohl da drinnen auf den Häuptling warten. Nicht draußen. Ja. Verdammt. Habe ich fehlinterpretiert. Da komme ich immer noch nicht, ne? Okay. Das schien mir irgendwie sinnvoll, am Eingang zu warten. Ich weiß auch nicht, warum ich wollte die halt so willkommen heißen. Na gut, dann nicht. Hm, ich esse meine Kleinigkeit. Aber warum habe ich jetzt noch Ausrüstung gefunden? Das verwundert mich halt. Oh, verdammt. Ich soll da oben warten, auf dem Ding. Hups. Und wieder hoch, bitte. Hm, das hätte mir natürlich auffallen können, dass ich hier warten soll. Na gut. So. Mal schauen. Ähm, das sind nicht unsere Häuptlinge, oder? Ist das nicht Mammut? Oder... Oh, Schnuski. Also, dann wollen wir uns mal über die Welttierschaft unterhalten. Das ist aber nicht, was ich will. Ich will nur freies Geleit für die Menschen. Die Tempers haben mich dafür bezahlt, dir zuzuhören. Aber ich verliere schnell das Interesse. Wir können die Wackelklippen haben. Aha. Und meine Unterstützung bei allen zukünftigen Unternehmungen. Außerdem werde ich unsere Technologien mit euch teilen. Na ja, das Schicksal hat uns hierher geführt, dass du mir hilfst, Territorium zu erobern, sollte genügen. Territorium erobern? Natürlich. Was anderes können wir ja nicht machen. Du musst dafür sorgen, dass wir das dieser Höhle nächstgelegene Dorf kontrollieren. Danach werden meine Leute für freies Geleit sagen. Währenddessen werden wir aber oft überall... ...überfallen werden. Du wirst also was dagegen unternehmen müssen und jeder andere Mensch eigentlich auch. Moment. Da musste ich kurz niesen. Okay, das werden wir tun. Danke. Ihr benutzt das, wenn du uns brachst. Okay, das Spiel ist noch nicht vorbei. Jetzt müssen wir tatsächlich noch dabei helfen. Der Pakt. Die folgende Auswahl wird für den Rest deines Abenteuers wichtig sein. Überlege sorgfältig, welcher Spitz ist, du dich verpflichten willst. Denk über Stärken und Schwächen nach. Habe ich doch quasi schon. Das ist doch schon entschieden. Wir haben uns doch schon für die Fechse entschieden. Bei den Tambas und jetzt hier doch auch, oder nicht? Hilft dir spätestens deiner Wahl, die Kontrolle über Moorflucht zu erlangen und sprich mit ihren neuen Anführern? Also könnten wir jetzt wohl doch noch uns umentscheiden? Wenn wir jetzt sagen würden, nö, der war mir jetzt irgendwie zu arrogant, will ich nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich verstehe gar nicht diese Territoriumkämpfe. Erschließt sich mir nicht. Ich meine, Menschen sind ja auch so, sonst hätten wir ja diese ganzen Länder nicht und die Leute hätten nicht immer versucht, ihre Ländergrenzen zu erweitern. Hat sich an mir aber noch nie so ganz ergeben, warum eigentlich. Ich weiß nicht, ich bin schon mit einer Wohnung überfordert. Ich finde, so ein kleines Land ist wahrscheinlich auch schon so überfordernd. Ich weiß nicht, was man damit im riesigen Land will. Und man sieht es ja auch im Laufe der Geschichte. Umso größer die Reiche wurden, umso schwieriger wurde es auch für die Kaiser und was auch immer und Könige und bla, diese zu kontrollieren. Und ja, die Kämpfe waren quasi endlos und die Territorien gingen ja auch immer wieder hin und her dadurch, dass es einfach nicht machbar war. Also gerade wenn man sich das Deutsche Reich anguckt, wie sich das im Laufe der Zeit einfach verändert hat, wie riesig das geworden ist. Also Preußen und wie klein es dann geworden ist am Ende. Naja. Also so viel Land zu besitzen kann auch eine ziemliche Bürde sein. Man hat ziemlich viel Verantwortung. Man merkt es ja schon im Kleinen, wie gesagt. Also eine kleine Wohnung zu managen ist schon schwierig. Ein großes Haus zu managen mit mehreren Etagen ist natürlich umso schwieriger. Also da kann man ja aus dem Alltagsleben quasi darauf schließen, was denn das gleiche mit Territorien bedeutet. Hören wir mal mit. Deswegen haben wir noch Ausrüstung gefunden, weil wir halt hier quasi noch Krieg führen müssen. Das gehört jetzt den Krockern hier, okay, immer noch. Und das sollen wir jetzt quasi für die Fechse erobern. Hätte ich jetzt einfach die Krocker genommen, wäre ich quasi schon fertig oder wie. Aber ganz ehrlich, das kann ich nicht machen. Ich möchte nicht, dass den Krockern das gehört und ich möchte mit den Krockern nicht verbündet sein. Oh, hi. Gut, aber das machen wir dann alles in der nächsten Folge. Ich würde sagen, das Ganze jetzt lasse ich tatsächlich als eine einzige Folge. Wird jetzt eine sehr lange Folge, ist jetzt aber so. Und in der nächsten Folge werden wir dann das Dorf hier für die Fechse übernehmen. Also dann, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.